Voll ausgelastete Produktionskapazitäten und ein Umsatzplus von 5,6 Prozent. Das meldet die Ecker-Gruppe für das Geschäftsjahr 2018-19. Rund 60 Prozent des Umsatzes hat das Holzunternehmen in Westeuropa erwirtschaftet. Besonders stark gewachsen ist für Ecker der außereuropäische Markt. Trotz des guten Umsatzes ist der Gewinn aber leicht gesunken. Der Grund liege für Ecker in der außerordentlich hohen Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr. Weltweit beschäftigt Ecker rund 9.500 Mitarbeiter. Das sind um 700 mehr als im Jahr zuvor. Die Ecker-Gruppe betreibt 19 Werke. Das neueste ist Ende Juni in Polen eröffnet worden. Weltweit beschäftigt Ecker-Gruppe.